Hallo, ich bin die Heike, ich komme aus Eschenbach, in der Stadt Eschenbach, bin verheiratet, habe zwei Kinder, Christina und der Markus und mein Mann ist der Reinhard. Ich finde Mode toll, weil man sich auch verändern kann durch die Modestille und die verschiedenen Farben. Da kann man einfach eine Typveränderung machen und das macht auch echt Spaß. Also ich habe euch ein schönes Teil mitgebracht, das ist eigentlich so mein Lieblings T-Shirt. Das ziehe ich an, da fühle ich mich drin wohl, da fühle ich mich aufgehoben, das passt in meinen Urlaubskoffer und da habe ich schon viele Stunden und Abende damit verbracht. Fürs Umstyling habe ich mich beworben, weil ich immer offen für Neues bin. Meine Tochter hat mich angemeldet und ich habe mich sehr darüber gefreut und ich fand es einfach ganz toll hier mitzumachen. Mein liebstes Outfit von heute habe ich gerade an. Ich finde die Jacke ganz toll. Die Farben stehen mir gut ist, mal mutig, weil ich sonst immer mehr dunklere Farben habe, aber ich fühle mich ganz wohl damit. Mir hat heute am besten gefallen, dass ich so ein tolles Team gehabt habe. Die Steffi, die Nadine, Franziska, alle waren super toll. Auch beim Umstyling beim Friseur, die haben super Arbeit geleistet, wir haben Spaß gehabt und ich fand es einfach richtig toll und einen schönen Tag. Danke dafür. Danke. Danke.